hallo willkommen zurück bei soma wir müssen zurückgehen zu testen ja die mitnehmen einen arm tragen und rumschlaufen wir sind gerade müssen die richtung natschen ich muss jetzt mal aber erst hier war auch nicht nur die alles rum hier oder nein also ja stimmt nur der abkürzung die 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 hier keine angst ich stecke ich schon wieder so und jetzt ja jetzt gehen wir weiter laufen oder aus der wahl hier doch immer rauskennen oder was ist hell allerdings ist auch nicht nicht so und nein das offen wohin denn so dass wir erst wenn man um eine kurve gehst da hinten wird davon ja so der gleiche weg wieder vielleicht wieder zurück da da war hier rein vielleicht hier war noch nicht du hast ja auch die regale da oben was kriegen vielleicht machen wir das kann man nur aufnehmen nix ist das wieder ist das hier für ein Ding nix ok da ist der Leiter oder oh da ne ne was tut grad aus was ja ja raus hier bin ich hier ich geh da nochmal rein oder hier aber doch auch was oder naja war überhaupt noch das war das hier war nix muss ich wieder ganz zurück oder wie ne du musst jetzt raus und dann weiter laufen hier raus ja sicher sicher ja schwenken das geht jetzt geht es wieder los Wasser komm achso ich muss ja jetzt auf das andere hin oh nein bitte nicht bitte nicht ich hasse es da draußen habe ich dir jetzt eigentlich mitgenommen weil ich es soll mit dem gerät drin redet ihr es jetzt mit mir oder nicht nein erst wenn sie wieder reinsteckt boah da vorne oder ja ist doch eine Tür oder ja ich glaube jetzt sie ah guck an ha ha das ist ein Boot oder ja ein Boot schreibt der zu oh hallo musst du schon richtig zu machen das kann man nicht fahren tut Schwung das geht ja nicht feilig oh äh ich verarsche jetzt na hallo lass nicht einmal los da vielleicht 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 geht es von alleine da lass mich reinstecken oh äh ha wot wot is this curie emergency vessel 4 hey simon can you hear me i hear you can you get this thing running hang on i'll give it a try oh jetzt oh oh wot 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 ach toll wot 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 was gelesen nein fahrzeugs und ähnliches oder so schatz was aber auch wo sich und das nummer ich kann es nicht noch mal sehen irgendwie von noch ein fahrzeug aus das schatz hier bestimmt nicht beschädigt das ist ich denn das ist die sollte machen ich glaube da müssen wir hier wo es sich hinterher schwirrt es ist weg, da hinten schau wo ist jetzt? ich weiß nicht wohin keine ahnung vielleicht da hinten wo das Ding her schwirrt und das Ding da dran sicher? ja kann das sein dass der mir hilft? das ist doch nichts ich hab dich aufgepasst hast du nicht mitlesen? hallo hallo siehste was soll ich auch? scheiße ich geh jetzt mal an da kann man doch her oder? ja da kann man doch her oder? ja cool ich rede jetzt mal hier ist schon nichts, da ist dunkel und damit die wichter sind hier? das ist ja auch was oder? da oh oh du siehst mich nicht nein nein wo ist der? da weg 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 Tai siehste bis jetzt doch wo n no das war ich doch schon mal oder was soll ich denn machen und ich habe nichts ich habe ja ich glaube hier oben wie support der ball aus ich wüsste hier ja denn irgendwas selbst vom inneren und das schiff was da war da war nichts andersrum fische nein da riecht rumlaufen und wie es geht was glaubt mehr richtig ist hier oder was guck das geht nicht oder hier siehst du oh je weg 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 hau ab hau ab hau doch ab jetzt weiter weiter nein was das nein ich war doch jetzt hier drin wenn ich kann man das nicht nur machen kann man das nicht noch mal machen ich kann das nur her bringen da was er geredet hat das außen herum irgendwas sie schon nix wo soll ich mir jetzt hin ich weiß ja nicht mal ruhig herkommen da jetzt mal weiter hier wo die lichter sind ich sehe durch ich sehe durch ich würde oben weil wir da hin wo der rum schwört da schon mal gedacht dass es vielleicht auch eine tür ist oder das da ja ach nee da verrägte ich die ganze zeit nein doch nein ich sehe nix wer ist das das ist ein guter ne das ist grün aber der zeigte mir wohin das ist doch nix ja was holt es jetzt verrägte zehn weg oder was hä was ist da ist nix verraten keine Zeit sie schwirrt denn dann da rum einfach so wieso folgt er mir immer hallo ich gehe jetzt mal weiter das ist doch ein steg oder lächelnd lang jetzt mal da jetzt einfach mal hier mal da haben wir uns an da die überwegt also nicht gut oder wie in 3 es ist oder da war doch gerade einer dieser wegschau ich muss jetzt okay ich muss da hinkommen und der da ist das sehe ich vielleicht weil außerhalb der lichter oder wegen das kann ich jetzt hier hoch entlang ich habe uns da weiter da mal Licht aus der ist weg hier ist doch was Das sieht doch richtig aus oder? Aha, haben wir schon. Das Rote ist völlig. Der ist Tür. Hallo. Ja und halt auch so ein Drücker guckt. Da ist sie. Gute? Ah ja. Lustig. Oh mein Gott. Also immer den Licht folgen, was gehört. Zeig doch daran. Was geht der? Ja und jetzt? Ich sehe nichts. Hallo. Achso. Achso. Da ist eine Seite. Guck mal was aber erst bei unten rum. Wo unten? Auf der anderen Seite. Guck mal wie das rumschlägt. Also hier kann man drauf. Und hier geht's nicht weiter. Danke. Ja, aber du bist doch erst mal Schauer, oder? Was ist da hin? Ja, geht nicht. Okay, ich geh mal drauf. Zack. Das ist nicht gut. Was wird das hier, wenn's fertig wird. Achso, ich muss es ja untersuchen. Das Innere, stimmt's? Ja. Hat die doch gesagt, das ist das Innere hier. Ja. Ja, ich bin doch innen. Oh, da kommt doch gleich was, oder? Was ist das hier? Oh na, ich bin da draußen. Ach komm. Okay. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Verstecken, nur. Ja, ja. Nur, verstecken, verstecken. Ausmachen. Wo denn? Ja. Dirk Dich Halt Dirk Dich Halt Was machst du da? Nichts Nein, sag doch Wum Was wird Ohrweg getan hat, Schatz? Das waren wir hier Ha Tschüss Ich hab mal gesaugt hier Ja Wölfe Wölfe Das sehe nix Licht kannst du hier wieder machen Ach Soll ich das wirklich? Ja Oh Nur Teile Ich glaube auch die Türen lesen Ich glaube das würde leuchten, oder? Hier ist der Weg, ne? Da ist doch was, oder? Naja Sieht da ein riesen Haus aus Oder ein riesen Schiff Ja Ich renne mal ein wenig So Was ist das die Arche, was das hier heißt? Oh oh Was? Doch Was hier lange, oder? Sucht'ne an der Tür Sucht'ne an der Tür Sucht'ne an der Tür So ist'ne an der Tür Ja, was mache ich denn gerade? Wenn man will jetzt schneller weiter weiter was hier achten stau ich mach's jetzt nichts ich geh mal weg muss doch ein gefühl geben oder das boot da oben hängt was wir wollen Ist doch die Eiche oder nicht? Ah, hier! Da, ne? Haha! Okay. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, hier war ein Schluss, oder? Ja, ich gehe noch hoch, wenn man muss los. Dann geht's in den nächsten weiter. Oh Gott, das will ihm. Hilfe. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!